Hallo Kreuzfahrtfreunde, seid gegrüßt zu meinem aktuellen Recap der Insider-Vorteile, Neuigkeiten und Updates aus unserem, ja, legendären Reise-Club. Und heute habe ich dir wieder viele spannende News mitgebracht und, ja, einfach tolle Dinge. Deswegen bleib dran, ich versuche diesmal schneller zu reden, dass es nicht ganz so lange dauert. Und wie gesagt, diese Folien, die tue ich dir wieder in meiner Telegram-Podcast-Kanal hinterlegen. Findest du unten, habe ich dir in der Beschreibung verlinkt. Grußtogether und natürlich am besten, ich sage es zwar immer wieder, ist es, wenn du, ja, live mit dabei bist. Ja, diese, das Insider-Vorteile wird ja immer von der, hier siehst du sie, von unserem Tatjana und dem lieben Steve Skitschel durchgeführt. Zweimal im Monat wird natürlich auch synchron übersetzt in alle Sprachen. Und, ja, natürlich ist das natürlich immer am besten. Aber, du kannst dir unten in der Beschreibung, verlinke ich dir auch den Gastzugang zum Reise-Club, kannst du auch dann dementsprechend im Nachgang noch unverbindlich hereinschnuppern. Ja, los ging's mit, ja, einer legendären Neuigkeit. Zum einen, die, Costa feiert ja seinen 65. Geburtstag und hierzu hat der Steven uns tolle zeitlich begrenzte Angebote für Mitglieder halt mitgebracht, wo du hier supergut deine, ja, 1 zu 1 Prämienpunkte umsetzen kannst, einsetzen kannst. Wie das genau funktioniert, hat er natürlich erklärt. Deswegen sei live dabei und hier hat auch gleichzeitig die Tatjana im Live, also siehst du hier jetzt auf den Folien gar nicht, weil sie ist live in die Buchungsmaske gegangen, hat die dementsprechenden Top-10-Routen erklärt, dazu referiert, ja, einfach gezeigt, wo und wie du das dann dementsprechend buchen kannst. Und diese extrem genialen Vorteile nutzen kannst. Deswegen ist es bei diesem, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir dieses im Nachgang in deinem Backoffice, die Live-Version, was hochgeladen wurde, nochmal anschaust. Und da hast du nämlich viele spannende Impulse und Input mit dabei. Auch natürlich siehst du mal dann einen Einblick in die Buchungsmaske. Ich tu dir hier oben in der Infobox auch noch einige spannende Videos verlinken, wo du dann mehr über das 1 zu 1 Prämiepunkte-System erfahren kannst. Ja, und so weiter. So, dementsprechend geht es gleich noch weiter. Was liegt denn noch an die MSC-Grußes? Da gab es ja, also das betrifft jetzt nicht jeden, sondern halt nur die, die dementsprechend mit der MSC-SeaView da zwischen dem 17. und 1. Mai unterwegs, April, Entschuldigung, unterwegs sein sollten, da es da ja technische Probleme gab. Für diejenigen, die es betrifft, die sind ja per E-Mail, werden schon kontaktiert worden, zwecks alternativer Ausweichrouten und halt, hat der Steven nochmal gesagt, bitte den Territori-Grow-Director für weitere Informationen und Details halt kontaktieren. Hierzu gab es dann auch eine PDF-Liste an diejenigen, also die, die das betrifft haben, das bekommen. Das ist jetzt verunsetzt im ersten Moment nicht so. Das ist jetzt verunsetzt im ersten, also das ist jetzt für jeden nicht, für diejenigen, die es betrifft, ist das relevant, verunsetzt dementsprechend, für mich jetzt beispielsweise nicht. Aber man sieht halt, wie bemüht hier der Reiseclub ist, um immer dementsprechend gleich zu reagieren. Ja, was gibt es noch für ein cooles Announcement, wenn die, tatsächlich die genialen Gruppenkreuzfahrten, daran wird gearbeitet? Was heißt das? Der Steve hat es uns gesagt und die Tatjana ganz klar. In unserer DNA liegt ja das Kreuzfahren und das Sparen beim Kreuzfahren. Beim Kreuzfahren und natürlich, wir sind ja ein Reiseclub und wir treffen uns hier natürlich auch immer zu unseren Online-Meetings, regelmäßig, wo dann ein Austausch möglich ist. Aber natürlich für alle, die dann dementsprechend mal tiefer gerne auch die Mitglieder kennenlernen möchten, soll das halt eine neue Möglichkeit sein, um sich einfach auch auf Gruppenkreuzfahrten zu connecten. Aber auch natürlich, ich finde es eine gute Option, wenn du jetzt zum Beispiel Alleinreisender oder Alleinreisende bist und da hast du halt auch eine coole Möglichkeit, um da einen, ja, wenn du einfach einen Anschluss zu finden, wenn du da nicht dementsprechend, ja, sagen wir mal, gezielt nur alleine unterwegs sein möchtest, sondern einfach mal Kreuzfahrt machen möchtest, aber halt in der Gruppe da dementsprechend aktiv werden willst. So, weiter ging es mit den In-Stays. Die Top-Destinationen für diesen Frühling und Sommer hat uns da die Tatjana mitgebracht. Ich habe mal einen Schluck Wasser, bin etwas erkältet, sorry. Was heißt das? Sie hat uns da zum einen Barcelona und ihre Top 5 Highlights mitgebracht. Was sie herausgesucht hat, hier siehst du schon mal einige Einblicke. Das gotische Viertel, der Ramlasmarkt, das Erbe von Gaudi, Park von, das Barca-Stadion. Also ich kann Barcelona sehr empfehlen, macht riesig Spaß. Ich war schon öfters in Barcelona und sie hat es auch gesagt, natürlich, da ist es immer gut, wenn du beispielsweise, ja, vor oder nach deiner Kreuzfahrt dir einfach, ja, die Zeit nimmst, dir diese Stadt anschaust. Sie hat jetzt aber auch noch einiges zu den, Entschuldigung, zu den Sehenswürdigkeiten da referiert. Und dementsprechend, ich bekomme es gar nicht, kann mir als Stellenweis gar nicht dann alles merken. Aber wichtig ist ja immer nur, dass du weißt, wo du die Infos findest, wenn du sie haben möchtest oder vertieft. Und ja, das sind so Geschichten, dass du dir anschauen kannst, wenn du das möchtest oder aber auch solltest, wenn du Interesse daran hast. Jetzt wird es natürlich auch noch umso spannender. Sie hat natürlich gleich Barcelona Hotels mitgebracht, herausgesucht, was im beispielsweise Drei-Sterne-Bereich, Vier-Sterne-Bereich und Fünf-Sterne-Bereich. Und jetzt natürlich gleich ist sie auch wieder in die Live-Maske der Instays hereingegangen. Siehst du hier jetzt auf den Folien nicht, siehst du aber in der Aufzeichnung, hat sie gezeigt den Vorgang, den Suchvorgang, die Buchungsmaske siehst du da. Und dementsprechend würde ich dir deshalb auch schon wieder das empfehlen, dass du mal einen Einblick bekommst, dass du auch mal dieses Instays Buchungstool siehst. Und wie du da halt auch davon mit den genialen Sparmöglichkeiten partizipieren kannst. Ach ja, mir ist es eingefallen, der Steve hat es dann natürlich auch gesagt, sie sind ja permanent daran, diese Instays Buchungsportal dann zu erweitern und auszubauen. Und geht da natürlich auch auf eure Wünsche ein und ihr seid herzlich eingeladen, dann, wenn ihr Feedback, Verbesserungsvorschläge habt etc. Einfach es an, dementsprechend an den Support weiterzuleiten und ja, dann wird das dementsprechend so schnell als möglich, wenn es denn dann auch passt, dann umgesetzt. Ja, Miami, auch eine coole Stadt, war ich auch schon, ich kriege da immer Urlaubslaune, richtig genial. Die Tatjana hat ja drei Jahre in Miami gelebt, der Steve Skitschel ist aus Miami, dementsprechend haben sie da auch über ihre Top Highlights referiert, einiges dazu erzählt. Hier hast du mal kurze Einblicke, schöne Sachen, Lidl Havanna war ich auch, hab dann richtig cool, was da, da kann ich nur empfehlen. Musste mal vor Ort gesehen haben, hier unten auch legendär, da, ich kann mich noch entsinnen, wie ich da gelaufen bin. Ja, richtig, richtig cool, einfach cool. Ähm, ja, auch hierzu hat sie, ähm, Hotels mitgebracht, von drei Sternen bis vier Sternen, ähm, schöne Hotels, hat dies dann auch, äh, live in der, äh, InStays Buchungsmaske gezeigt und vorgestellt. Also einfach genial, ähm, ja, dann weiter ging's mit Genua, auch ein sehr beliebtes Ziel bei Kreuzfahrern und Kreuzfahrerinnen, ähm, ja, eine Topstadt, sehr beliebt, hat da auch wieder die Top 5, ähm, Highlights mitgebracht. Nach das Stadtzentrum, hat sie gesagt, ähm, die, ähm, Glindere, Portofino, Pisa Florenz, ja, Genua und Genua herum, hier hast du da einige Einblicke, also wunderschön, italienisches Flair und auch kulinarisch hat die Stadt viel zu bieten. Top Restaurants, ähm, also auch das ist eine Reise wert, wenn du da, ähm, es auf jeden Fall, ähm, zu empfehlen, vor deiner Kreuzfahrt oder nach deiner Kreuzfahrt hier gerne ein paar Tage einbauen, ähm, da hat man einiges zu, ja, zu entdecken. Und natürlich ist sie auch hier, ähm, dass dies, ähm, dieses, ähm, dieses Insider-Vorteile war wieder interaktiver, weil auch hier ist sie live mit uns in die Buchungsmaske gegangen und hat dementsprechend, ähm, uns, ja, da einige Hotels, sei es im 3-Sterne-Bereich, 4- oder auch 5-Sterne-Bereich, hat einige Empfehlungen mitgebracht, hat gezeigt, wie du diese suchst, findest und dann, ja, dementsprechend für dich, ähm, ja, das Beste herausziehen kannst. Ja, also das ist ja mal wieder mega genial, was da geboten war, also absolut cool. Ja, weiter geht's, die, ähm, Tatjana hat's ja schon angesprochen beim letzten Insider-Vorteile. Es gibt ja wieder spannende Angebote, unter anderem die 40% Rabatt, ähm, bei Prinzess bis zum 2. Mai, ähm, natürlich auch, ähm, dementsprechend dann immer gekoppelt mit unseren, ja, genialen Reise-Clubs-Reroad-Programm, also absolut legendär. Ja, und da, ähm, kommen dann auch in Kürze wieder die, ja, Sommer, ähm, Sonderangebote im Sommer und im Mittelmeer. Ja, und hier hat sie's auch gezeigt, ähm, wir waren wieder live in der, ähm, in der, in der Maske im, im, im Backoffice drin, wo du denn, äh, grundsätzlich auch diese Angebote findest und für dich das Beste herausziehen kannst. Das hat sie natürlich herausgeschrieben, das ist bei den Gruß-Spotlights mit dabei, sie hat's gezeigt dementsprechend. Und einfach, dass du für dich da das Beste herausziehen kannst. Ähm, ja, was hat sie noch gesagt? Die Oceana All-Life-Angebote auch mit dabei, wie gesagt, verfügbar bis 30. April. heißt kostenlose Getränkepakete, kostenlose Landausflüge, freie Schiffskredite, ähm, was das hier beinhaltet beispielsweise, kannst du dir hier mal durchlesen, ja, ähm, mit diesem, ja, äh, O-Life-Ultimate-Angebot und, und im, im Backoffice ist das genau nochmal auch beschrieben. Und, ähm, ähm, dementsprechend ist das auch eine schöne Geschichte, was du natürlich auch mitgekoppelt mit deinen Reward-Punkten, ähm, ja, für dich umsetzen kannst. Und, ähm, ja, ich bin, ich freue mich wie kein Zweiter, ähm, ja, absoluter No-Brainer, muss man da sagen. Wie gesagt, ähm, schau mal in der Infobox vorbei und guck dir die, ähm, kurze, ähm, Infopräsentation an. Du wirst, ähm, begeistert sein, ich kann es dir nur empfehlen. Ja, jetzt, äh, jetzt, äh, gab es wieder ein Announcement bei unserem nächsten, in, ja, circa zwei Wochen, unser nächstes Insider-Vorteile heißt dann Reisen mit Norwegian. Und da kommt die liebe, ähm, ja, ähm, Linda Kronegli auch, ähm, sie war auch schon Gast bei uns, Ehrengastin bei uns. Und dann heißt es, wirst du von wieder einer, ähm, ja, ähm, ja, einer Top-Leaderin der Branche, ähm, von Norwegian Cruise Line erfahren. Die neuesten Highlights der Schiffe, Angebote, äh, Routen und, 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 wie du das Beste aus deiner Norwegian-Kreuzfahrt herausholen kannst. Und da kannst du sehr gespannt sein. Das wird wieder ein absolutes Highlight. Ja, das Dief hat es dann auch nochmal kurz, ähm, angesprochen. Ähm, ähm, momentan sind wir wieder zurückgegangen zu 90 Tage Vorlaufzeit bei deiner Buchung. Wir halten das einfach im Auge, ähm, kann aber auch, ähm, er hat gesagt, das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Ähm, du wirst dann aber natürlich dementsprechend auch darüber immer gleich informiert. Ja, cool. Das war's dann auch schon, die, das Ende dementsprechend. Jetzt hat sich natürlich die Tatjana und der Stephen wieder Zeit genommen, ähm, du siehst es hier, F&Us. Eure Fragen, ähm, natürlich, ähm, zu beantworten, ähm, die ihr in den Chat gestellt habt, ähm, war Zeit, da wurde einiges gefragt und beantwortet. Es ist immer spannend, bei so einer Fragerunde mit dabei zu sein, weil, äh, man kann von jeder Frage etwas lernen. Und deswegen, ähm, sag ich's nochmal, ich wiederhole mich zwar, ich empfehle dir immer, sei grundsätzlich, ähm, da live dabei, wenn du das kannst. Weil, ähm, ja, du hast halt einfach hier eine coole Möglichkeit, ein cooles Tool, einfach nochmal deine Fragen zu stellen, nochmal viel zu lernen und einfach für dich halt das Beste in deinem Reise-Lifestyle herauszuziehen. Ja, was gibt's jetzt noch zu sagen, ihr Lieben, wenn's euch gefallen hat, ähm, was uns, äh, ähm, der, ähm, Stephen und die Tatjana hier mitgebracht haben, lasst mal ein dickes Like für sie da und natürlich, um keine weiteren Recaps zu verpassen, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann wirst du nämlich immer von YouTube informiert, sobald ich ein neues, äh, Video hochgeladen habe. Und, ähm, ja, wie gesagt, in der Gruppe nochmal, abschließend, ähm, in der, unten in der Videobeschreibung hast du den Zugang zu der, zu meinem Podcast Telegram-Kanal, wo ich dir die Folien zum einen hinterlegt habe. Und, ähm, wenn du mehr erfahren möchtest, ähm, du findest auch in der Videobeschreibung den Gastzugang zum Reiseclub, kannst du mal hereinschnuppern und bei Fragen natürlich jederzeit auf mich zukommen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen weiteren wunderschönen April, bleibt alle gesund, habt viel Spaß bei euren günstigen Kreuzfahrten und Reisen und, ähm, ja, wir sehen uns ganz bestimmt wieder online oder auf Deck. Euer Nico, ciao, ciao. Ciao. Ciao.